Herzlich Willkommen zum neuen Video von DAISY. Wir spielen dort, wo wir aufgehört haben, haben mit dabei eine L85A2 mit Holographisier, inklusive zwei Magazinen und einen Revolver ohne Magazin. Ja, wir befinden uns, ohne Schätze zu erkennen, in Elektro und zur Zeit zu dritt. Also, drei Spiele auf dem Server. Da rennt schon wieder jemand. Wie rennt die hinterher? Da hinten war einer. Ich habe ihn gesehen. Wo ist er? Da läuft er. Hier. Das heißt, er kommt in die Kirche. Nein, nicht drunter schützen. Das heißt, ich bin nicht alleine hier. Hau, hau, hau. Hau, hau, hau. 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 Hau, hau, hau. Hau, hau, hau. Hau, hau, hau. Hau, hau. Hau, hau, hau. 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 Good. Hau, hau. 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 Eine Wasserflasche kann ich wirklich gut gebrauchen. Hat er eine G17, ja, inklusive Mac, was ist er denn noch dabei, noch ein G17 Mac. Er kommt mir gefährlich nahe. Geil. Geil. Das war's für heute. Okay. Dann nett, dann lass mich in Ruhe. Blutbag, 5 Bandagen. Scheiß drauf, hat er nicht verdient. BMW. Makarov, 2 Heatpacks. Und noch eine Bandage, die ich nicht brauche. Wer hat auf alle Fälle zumindest mal neu angefangen? Mann! Da laufe ich nur mal teils über die Straße. Zack, werde ich schon wieder verfolgt. Habe ich schon so ein hässliches Messer? Da vorne liegt ziemlich viel Zeug. Da vorne liegt. Da vorne liegt. Da vorne liegt. Da vorne liegt. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier läuft doch schon wieder einer rum. Und da ist eine Kuh. Da steht eine Kuh mitten im Feld. Alter, lustiger Raffe. Untertitelung des ZDF, 2020 Da liegt eine AK, da liegt ein M4. Nein, eine M16. M9. Ja, hallo. Na ja, das ist jetzt nicht so perfekt. Aber M9 kann man lassen. Oh, da kommt ein hoch. Ich höre hier mucken. Läuft da schon wieder einer? Hier unten liegt einer. Vielleicht ist da die Leiter drunter gefallen. Oder vielleicht was BMW aus dem Ding gefallen ist. Vom Dach gefallen ist. Haha. Mikro. Magarow. Winchester. Crow. нуkula. map brought it Loll, wo kommt der her? Loll, wo kommt der Loll? 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 Geht weg von mir! Ich mag euch nicht! Mann! Das ist nicht so richtig wichtig! voll spacko voll spacko ich glaube der will sterben der setzt das voll drauf an nein voll spacko ja man ist auch erledigt das ist nicht dein ernst alter alter der 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 über das will ich haben ich habe ihn mit dem der 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 und da wir jetzt auch gerade schon und ja okay gut kommt mit rein hier 3 Wiesu Wiesu So ja wiesu Wiesu boah das ist nicht dein ernst ich sehe die Kuh noch so ein kleineres Ding da eine und da eine eine und eine da oben Leuchtturm da ganz dritten hier und die Kuhn-Geräste sind hallo nicht genug zu essen ja das muss reichen wie sie Semi-Automatic-Pistole. Hallo. Foto. Kein Foto. Ja, und bei der Kuh verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.